Die Kammer für unsere Bauern soll künftig weniger Geld bekommen, konkret weniger Fördermittel vom Land. Seit SPÖ-Finanzlandesrat Hans-Peter Doskozil dieses Vorhaben angekündigt hat, herrscht Verunsicherung bei den Bauernvertretern. Laut Doskozil soll es künftig nur noch für biologischen Anbauförderungen geben. Aber wie sieht es derzeit aus? Woher bekommt die Kammer derzeit ihr Geld und wie viel? Christian Hoffmann hat die Antwort. Anders als die Arbeiter- oder Wirtschaftskammer, die sich ausschließlich über ihre Mitglieder finanzieren, bekommt die Landwirtschaftskammer auch Geld von Bund und Land. Das Gesamtbudget im Burgenland beträgt heuer rund 9 Millionen Euro. 60 Prozent des Gesamthaushaltes kommen aus der Kammerumlage von den 60.000 Mitgliedern der Landwirtschaftskammer. Das sind knapp 5 Millionen Euro. Etwas mehr als 2 Millionen Euro oder gut ein Fünftel des Gesamtbudgets steuert das Land Burgenland bei. 1,2 Millionen Euro kommen vom Bund. Hierbei handelt es sich um EU-Fördermittel. Und einen kleinen Teil lukriert die Landwirtschaftskammer für spezielle Leistungen, die den Betrieben extra verrechnet werden. Die Höhe der Landesförderung wird jährlich neu verhandelt. Mit dem Geld, so SPÖ-Finanzlandesrat Hans-Peter Doskozil, werde derzeit die Beratung der Bauern finanziert. Und hier soll es künftig nur noch dann Geld vom Land geben, wenn es um Bioanbau oder den Umstieg auf biologische Landwirtschaft geht. Diese 2 Millionen Euro Förderung des Landes will Doskozil um die Hälfte kürzen. Eine Million soll in Zukunft direkt an die Bio-Betriebe als Förderung ausbezahlt werden. Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Belakowitsch zeigte sich über diese Ankündigung überrascht und hatte bereits von einem massiven Einschnitt gesprochen. Er wünscht sich, dass das Land und die Kammer den gemeinsamen Weg weitergehen. Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Belakowitsch